Unser Haus am Oberthor in Winterthur heisst Glücksrad und wird bereits im 16. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Darum liegt es auch nach, dass wir exklusive Glücksradbrillenfassungen führen, die sie nur bei uns bekommen. Haben wir sie schon etwas lustig gemacht? Wenn ja, dann freuen wir uns schon sehr, sie bald bei uns im Glückshaus glücklich zu machen.